Ich gehe jetzt auf die Blumen. Eben, für eine Sekunde, wo wir uns mal sagen, wir machen uns ein Nächte kein Jemen, das ist noch alles zu schädlich. Nächte kein Jemen. Nächte kein Jemen, was der Rebbe erzählt wird in der Asbatz. Als wir sehen, der Asbatz, er ist angekommen zum Samarzeh, der erste Mal, als gewöhnt, der Rebbe erzählt, dass jeder Jahr, der Rebbe erzählt hat, als wir kommen zum Samarzeh, hat er gerechnet, hat er gefühlt sich nicht mehr im Alltag. Er hat er gepraut, jeder Donnerstag bei Nacht. Ein paar Stunden, jeder Jahr hat er gepraut, hat er nur von Nacht gelämt. Das ist immer gelämt. Später erzählt der Rebbe, als er immer hat er, der Rebbe erzählt wird, der Rebbe erzählt, der Rebbe erzählt, zwei Sachen. Die erste Sache ist, der Rebbe erzählt, der Rebbe erzählt, der Rebbe erzählt, der Rebbe hat geplant, der Rebbe erzählt, die Er geplant, der Rebbe erzählt, der Rebbe erzählt, der Rebbe erzählt, und der Rebbe erzählt, der Rebbe erzählt, der Rebbe erzählt, das ist unser Jerusalem. Und der Rebbe ist bei Smedrisch, das ist unser Beis Amikdash. Und der Rebbe ist die Echideste, der Rebbe ist das, der Rebbe ist der Ordnung. Und . 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 Das ist das Ding von Hiskaschus, das ist das Schiebe, das kommt durch, wenn es rein geht, zum Rennen.